Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mass Effect. So, ich habe auf Screen ein paar Ressourcen gesammelt, die können wir auch gleich einsetzen. Allerdings will ich davor ganz kurz hierher kommen. Auf Joop habe ich nämlich eine Anomalie gefunden. Irgendwas sollten Aktivitäten. Blue Suns, natürlich. Und da will ich natürlich jetzt noch kurz landen. Ich meine so eine kleine Anomalie, die nehmen wir natürlich noch mit. Habe ich einfach so beim Scannen entdeckt. Keine Ahnung, ob das tatsächlich auch irgendeine Mission gewesen wäre. Aber wenn wir jetzt schon da sind, nehmen wir sie wie gesagt mit. Ansonsten haben wir Jacob's Pups in den Knast verfrachtet. Dich nehme ich mit. Was hast du denn für ein Outfit? Finde ich gut. Annehmen. Und ich habe zwei neue Punkte. Komm hier einmal noch mal. So, Brandmunition. Perfekt. Miranda, wie schaut es aus? Geht nichts. Jacob auch nichts. Ja, das bleibt bei dem, was es ist. Na, dieser Partikelstrahler, der ist tatsächlich eine feine Sache. Ja, das bleibt so, wie es ist. Gut. Legen wir los. Ja, da wurden wir wohl schon entdeckt. Und, nachdem es hier verdammt viele. Und los. Ja, genau. Das habe ich mir nämlich gedacht. Aber gut. Wenn ihr jetzt gerade hier eh so freundlich rauskommt. Dann. Zeigen wir euch halt so. Jetzt kann dir nichts mehr was anhaben, weil du eine neue Hose anhabst. Alter Schwede. Kurz ein bisschen regenerieren hier. So. Wie viel kommt denn da noch raus? Haben wir es? Weil ich habe keine Munition mehr. Dann kann ich hier jetzt mal looten gehen, oder? Danke. Element Zero. Ja, nehme ich mit. Hey, Makos. Oder sowas ähnliches. Noch mehr Element Zero. Auf dem Planeten habe ich auch beim Scanner relativ viel Element Zero gefunden. Ich hoffe, ihr hattet Munition dabei. Die kleinen, hässlichen Pissköpfe. Ähm. Ähm. Ich habe das Gefühl, dass das hier ein Bug ist. Ich habe das Gefühl, das ist ein ziemlich fieser Bug. Vorsicht. Ähm. Gute Arbeit. Nein. Wir stecken hier nämlich fest. Geil. Das ist mal ein cooler Glitch. Komme ich jetzt hier noch irgendwie runter? Schaut nichts aus. Ähm. Moment. Machen wir ganz kurz laden. Fieser Bug. Sehr, sehr fieser Bug. So. Komm. An das Outfit klickst du. Zufügen. Die ist noch normal. Der ist schon loyal. Ha. Wenn man quasi die Nebenmission für die macht, dann steigt ihre Loyalität. So. Ähm. Wir gingen direkt auf die Sniper. Jetzt kann mir nichts was anhaben. Guter Schuss. Einer weniger. Ich glaube, den habe ich auch gut getroffen. Den glaube ich auch. Den glaube ich auch. Tod. 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 Errichte eine Barriere. Hab sie erwischt. Tod. Also die Sniper ist einfach Gold wert. Kam da noch mehr? Ich glaube nicht. So. Gut. Das Element Zero. Da hinten will ich auf jeden Fall haben. Moment. Wir machen hier kurz ein Save Game. Das nehme ich mir. Dann war da hinten noch irgendwo was. Genau. Das gönne ich mir ebenfalls. Und dann nehmen wir mal einen anderen Weg. Den frontalen würde ich sagen. Und halten uns von dem Felsen da fern. Aber bilde ich mir das ein oder haben die dieses Mal weniger Munition gedroppt? Das bilde ich mir doch nicht. Nein. Joa. Scheinbar. Drei Schüsse. Geil. Ach, ihr seid doch echt. Geizkragen. Na komm. Die drei Schüsse, die gönnen wir uns. Einen habe ich noch. Die gute Brand Munition. Feine Sache. Voll im Ziel. Sehr schön. Ah. Du lebst noch. Ja, das sollten wir schnell wieder. Yes, Leute. Yes, Leute. Okay, wir stecken aber gut ein. Ich brauche auf jeden Fall Schild. Fein am Boden. So. So. Das dürfte die Lage beruhigen. Einmal nachladen. Ich glaube, Jacob geht es aber nicht mehr so gut. Kann das sein. Okay. Ich kriege gerade gut eine auf den Sack. Boot. Komm schon, komm schon. Perfekt. Würdest du die Munition bitte aufheben? Danke. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Amo für... Da gehe ich noch nicht rein. Ein bisschen Amo für... Die Schuttflinte... Äh, für die... Ähm... Leute, was ist denn los? Sniper. Für unsere schöne Sniper. Naja, gut. Die Blue Suns ausrauben. Damit habe ich jetzt echt gar keinen... Gar keine Bauchschmerzen. Die haben hier voll die Küche eingebaut. Wer macht denn sowas? Und bitte um Unterstützung? Dr. Farin. Mhm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Wieder mal irgendwelche Doktor-Spielchen hier. Okay, da oben ist auf jeden Fall noch ein Weg. Da hätten wir was sprengen können. Und da unten ist ein Weg. Leck mich am Arsch. Viele Wege haben wir. Gut, als allererstes mal die Türe da unten. Als allererstes hierher. Gibt es hier was zu plündern? Ja, da gibt es einen persönlichen Spind. Nehme ich mit. Okay, dann sind wir hier. Alles klar. Schön. Die zwei Wege haben sich schon mal... ...zu einem verschmolzen. Das gefällt mir. Gut. Dann ist das da unten wohl... ...die magische Türe. Wow. Alter, du musst mir aus dem Weg gehen. Ernsthaft. Guter Schuss. So. Gut. Wenn ich rumlaufe, nehme ich lieber die andere. Aber mit der bin ich etwas agiler. Weil ein Schuss ist halt... ...gerade beim Rennen echt eine fiese Sache. Das dürfte die Lage beruhigen. Ja. Wow. Da unten ist noch einer. Ich gehe rein. Ich kann mir nichts was anhaben. Noch einer? Ich glaube, das war's. Aber ich habe auch keine Munition mehr. Also sag mir bitte, dass ich hier so ein bisschen Munition für mich liegen habe lassen. Das wäre ein wirklich feiner Move von euch. Ah, ein bisschen. Ah, okay. Noch ein bisschen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich wieder hier hochglitsche. Okay. Ein PDA. Artefakt. Oh mein Gott. Ist wieder sowas. Okay, ich muss irgendein Schiff zurückerobern. Hm, proteanische Videolog. Nice. Okay. Okay, da hat man gesehen, dass die Kollektoren schon mal mit ihnen rumgefuhrwerkt haben. Aha, 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 aha. Die Reaper und die Kollektoren, die sind also schon länger befreundet. Nennen wir es mal so. Man hat ja gerade gesehen, wie das Schiff, also es mir noch nie aufgefallen, wie das Landungsschiff, abgeholt wird. Eigentlich ziemlich cool. Okay. Ungelesene Nachrichten. Blue Suns Aktivitäten. Aha. Ach ja, genau. Cool. Können wir machen. Von Leslie. Ah, okay. Mhm. Ah, okay. Alles klar. Interessant. Und sie hat mir vorhin noch... Ich habe kürzlich Saeed getroffen. Sehr eigenwilliger Typ. Dafür, dass er so viel Gewalt und Zerstörung gesehen hat, ist er erstaunlich ausgeglichen. Trotzdem, allein möchte ich mit ihm nicht sein. Wie auch immer. Was gibt's? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Morden würde gerne in seinem Tech-Labor mit Ihnen sprechen. Grant wirkt sehr nervös und geht ständig im Frachtraum auf und ab. Sie sollten mal nach ihm sehen. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Wie fühlen Sie sich dabei, dass man sich enorm... Ich wurde vom Unwesor... Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir gar nicht scheitern. Keine Sorge. Ich vertraue Ihnen völlig. Vielleicht würde ich Sie nicht... Das nenne ich einen verlockenden Gedanken. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Ne, das passt. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Gut. Wir müssen ins Tech-Labor. Das machen wir jetzt auch gleich. Moment. So. Ah, die haben gerade gestört. Morden, was geht ab? Shepard, wichtige Neuigkeiten. Weiß, dass Sie beschäftigt sind. Müssen uns um die Kollektoren kümmern. Einen Angriff planen. Kann nicht warten. Zu wichtig. Habe gerade Daten erhalten. Werden noch verarbeitet. Analyse wahrscheinlicher Szenarien. Weiß gar nicht, wo beginnen. Zu viele Informationen. Erinnern Sie sich an unser Gespräch? Meine Arbeit an der Modifikation der Genophage? Sie haben die Anpassung der Kroganer an die Genophage gestoppt. Als Teil eines Teams. Wissenschaftler verschiedenster Richtungen. Bloodpack-Söldner haben früheres Teammitglied gefangen. Malen. Wurde zuletzt auf Tuchanka gesehen. Wird möglicherweise gefoltert, um ein Exempel zu statuieren. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malen rausholen könnten. Wir fliegen nach Tuchanka und versuchen, ihr Teammitglied zu finden. Das weiß ich zu schätzen. Mein Assistent. Mein Schüler. Möchte Ihnen Sicherheit wissen. Malen wurde zuletzt außerhalb des Earthnut-Gebiets gesichtet. Kundschafter haben vielleicht Bloodpack gesehen. Mit Ihnen oder Clanführer reden. Alles klar. Und, wie ich bereits gesagt habe, habe ich Ressourcen gesammelt. Und, dementsprechend können wir jetzt dieses Kranken-Station-Update machen. Machen wir es. Kost 50.000. Aber gut, ich glaube, wir haben noch einige Upgrades vor uns. Schauen wir hier mal ganz kurz rein. Schwere Pistolenschaden. Ja, komm. Nehme mal mit. Komm, damit es mir nicht mehr auf den Sack geht. Was? Er fordert einen Sturm-WG. Ah, okay, okay, okay. Gibt auch nichts Neues. Und, Prototypen, neuen Raketenwerfer, Kräfte neu ausbilden. Fortgeschwindes Training. Durch intensives Training kann Shepard eine einzige Bonuskraft erlernen. Durch rekrutieren der von neuen Blablabla-Weng. Ja. Ja, muss nicht sein. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Und, ich sollte noch mit Ding sprechen. Grunt. Machen wir auch noch schnell. Einen wütenden Grunt in der Nähe von meinem Maschinenraum will ich eigentlich nicht haben. Grunt wird ziemlich aufgeregt. Sie sollten meine Namen sehen. Bin ja schon unterwegs. So, und ich glaube, hier links war Grunt. Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt irgendetwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal. So als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Aukir hat Ihnen nichts vermittelt, dass er Ihnen jetzt helfen kann? Ich sehe Bilder von alten Schlachten und höre die Stimmen der Warlords. Aber das ist ein Blutschleier in meinem Kopf. Ich will Kontrolle. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten, Jucken. Und selbst Sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Edi, haben Sie Informationen über Kroganer-Krankheiten, die so etwas hervorrufen könnten? Cerberus hat einige Autopsieberichte im Archiv, aber nichts über einen lebenden Kroganer dieses Alters und in diesem Zustand. Kroganer gewähren nur selten Einblick in ihre medizinischen Aufzeichnungen. Mein Volk wurde von Ärzten in Laboren besiegt. Sie würden nie zulassen, dass derartige Informationen unserer Heimatwelt Hutschanka verlassen. Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit. Na gut, dann machen wir das auch noch. Alles klar. Ich denke, ich muss eine Nebenmission für alle meine Teammitglieder machen. Vermute ich. Oder ich kann. Ich sollte. Wie auch immer. Und außerdem Kinderschänder und Jack. Glaube ich auch tatsächlich, dass ich die alle mache. Bei Jack bin ich mir noch nicht sicher. Das ist schon ziemlich derb, was die von uns verlangt. So. Können wir jetzt meine Narben entfernen? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Hm? Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander? Ich dachte, ich könnte jetzt hier meine Narben heilen. Da, danke. Ja. So. Das hat mir jetzt 50.000 Credits gekostet. Oder 50.000 Iridium. Besser gesagt. Das, dass meine Eitelkeit jetzt besiegt wurde. Wow. Absolut wert, Leute. Absolut wert. Und wenn wir schon hier sind, würde ich sehr, sehr gerne... Die Kommande hat ein beeindruckendes Team zusammengestellt. Ich habe noch nie mit so vielen Aliens gearbeitet. Es ist eine kleine Armee. Wir könnten diese Mission tatsächlich überleben. Ja. Ich würde jetzt tatsächlich nochmal hier mit unserem Turiane-Freund sprechen. Vielleicht hat er auch ein Upgrade. Garus, genau. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades bei den Waffensystemen der Normen, die sinnvoll wären? Ein paar schon. Hier, sehen Sie mal. Ja. Shepard, brauchen Sie was? Haben die Leute von Cerberus Ihnen irgendwelchen Hager gemacht? Es hat mir ein paar Pluspunkte eingebracht, dass ich Teil des Teams war, das Saren zur Strecke gebracht hat. Und höflich sind sie sowieso alle. Keine Sorge, Commander. Wir arbeiten alle zusammen. Was können Sie mir über die Bewaffnung der Normen, die sagen? Die Waffen-Upgrades sind vom Feinsten. Das Ding hat eine enorme Feuerkraft. Vielleicht hätten wir damit sogar eine Chance gegen die Kollektoren. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Gareth. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Der mag mit mir nicht reden. Der hat keinen Bock auf persönliche Gespräche, sage ich euch. Na komm, der Pate ist jetzt eh fast vorbei. Quatschen wir noch eine Runde mit Miranda, wenn wir eh schon hier sind. Jede Mission machen wir als nächstes. Wenn wir etwas Zeit haben, würde ich gerne nach Illium fliegen und die Familie meiner Schwester umsiedeln. Okay, machen wir. Ich sage Ihnen Bescheid, Miranda. Natürlich, Commander. Alles klar. So, meine Freunde. Wie gesagt, die Mission machen wir als nächstes, aber nicht mehr heute. Ich hoffe, ihr hattet heute euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank für's Gucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Find